hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft ja ihr seht es ja wir sind letztes mal aus der höhle rausgekommen und jetzt suchen wir erstmal den heimweg ach so das sind wir ja schon da ist unser reich ja ich erinnere mich leicht so was haben wir denn dabei ein paar steine bisschen gebraten dann hammer haben war aber kaum eisen leute würde sagen wir machen uns einfach mal auf den weg wir brauchen echt jede menge spitzhacken wir werden wir machen uns einfach mal auf den weg und suchen uns mal vielleicht mal eine höhle vielleicht wenn wir noch eine wo wir mal ein bisschen eisen abbauen können weil wir brauchen wirklich mal wir brauchen für dieses projekt jede menge spitzhacken und jedes menge werkzeug sowieso irgendwie habe ich ein problem das spiel zittert so ein bisschen ich weiß nicht warum so schafe schweine da ist eine höhe da ist eine höhe okay die fackeln haben wir dann noch ein paar wollen wir uns einfach mal runter haben aber die die ist gewaltig oder na komm leute wir graben uns jetzt einfach mal runter und hier ist schon gleich reisen sogar sehr schön komm her sogar viel eisen das ist super denn wir brauchen viel eisen wie gesagt das geht ja sogar noch weiter steine brauchen wir ja eh gut die fahren wir ja auch uns so weg so kommen wir uns mal hier runter hier ist kies ok hier geht sogar noch weiter runter dann nehmen wir mal eine fackel in die hand ich weiß ihr seht hier bestimmt kaum was noch mal eisen auf jeden fall auch mit das noch mal reisen warum setze ich denn immer zwei so spitzhacke spitzhacke so hat das schön hier haben wir so eine riesige höhle die wir erkunden können für eisen 21 jahr hier geht es weiter hier aber jetzt mal so ein schönes eisen vorkommen das ist sehr schön so komm her ja da geht schon weiter das ist eine riesen höhe leute wow ok ok was ist da unten ok leute das ist aber eine riesen höhe hier noch ein bisschen mal machen wir hier noch kurz platz ok da gehen wir jetzt nicht runter hier ist auch noch kohle aber kohle brauchen wir nicht wieder wie gesagt wir brauchen eigentlich eisen gut kohle brauchen auch noch jede jede menge ok hier können wir ja mal kurz runter gehen finden wir hier was ach so jetzt sind wir hier unten angekommen hier ist auch gut noch mit leute ich mache uns mal eine fackel stellen und ziehen und bauen wir das gleich mal hier alles mit ab kohle brauchen wir sowieso dann würde ich sagen machen wir mal vielleicht die folge mal wieder so schöne farm folge rohstoffe farm sehr schön da können wir jede menge eisenspitzen herstellen wo dann die erste zeit erst mal nicht mehr so auf suche gehen müssen kommentiert ich brauche auch gleich noch mal ab können wir die öfen voll machen sechs stück haben wir ja vielleicht kriegen wir ja sechs decks vor zusammen hier das auch schon wieder ernst kommen wir daran unsere spitzhacke aber gleich darauf geachtet dass die spitzhacke wir haben glaube ich aber noch ein spitzhacke dabei ne ok dann wird es mit kurze farm runde aber wir wissen ja wo die höhle ist so wow das geht ja hier weiter wow ok die hört gar nicht auf die höhle leute ich weiß auch jetzt ja gar nicht was ihr so seht das ist ja immer relativ dunkel ist ja gut okay hier ist auch wieder ein bisschen da ist noch ein bisschen mehr sie noch sonst noch was hat sich ja sonst noch was versteckt hat sich nichts mehr versteckt okay so jetzt probieren wir mal ich sehe kaum was hier ist aber nur kohle so leute laufen wir mal ein bisschen schneller hier ist auch wieder was wollen ja nichts liegen lassen so von hier kommen wir so ich würde schon sagen was ist das denn das ist eine fledermaus so wir dürfen nur nicht in die lava nicht in die lava nicht in die lava das müssten könnten wir mal zu machen okay dann lassen wir es halt wow hier geht es noch weiter runter leute und noch mehr kohle ich mache euch mal kurz licht aber das ist nicht nur eine spitze kammer das regt mich auf zack so leute wir haben das redstone redstone müsste das sein oder und der erste super edelstoff so haben wir hier noch was hier ist sonst nichts dann würde ich sagen dann machen wir uns mal auf den weg ja raus wir gucken da noch mal kurz rein was ist hier so hier ist auch noch mal eisen zack so jede menge eisen wieder so schön einsammeln das gibt leute gold gold wir haben gold gefunden das nimmt natürlich auch mit aber gleich haben wir ein problem hier können wir auch noch mal kurz gucken was wir hier so finden aber hier ist nichts mehr okay ich würde sagen jetzt machen wir uns erst mal auf den weg hier raus bevor unsere spitzhacke kaputt geht und wir kommen gar nicht mehr raus jetzt müssen wir was wir hier raus finden so zack zack das war hier lang das mal kurz weg das war hier ah kommt da leute das nehmen wir auch noch mal kurz mit das hält die noch aus ihr seht bestimmt wieder nichts ich mache mal kurz ein bisschen licht das ist sogar viel eisenherz sehr schön da haben wir fast einen ganzen stack zusammen so zack so und dann wo sind wir gekommen ich glaube wir sind von hier genau von hier sind wir gekommen oder hier ist gar kein licht ich glaube nicht dass wir von hier gekommen sind ver Rot okay ok la 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 lüut da hier 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 machen wir was stellt sich denn immer zwei hier geht auch wieder runter So, aber von irgendwo muss ich ja kommen. Oder noch eins, Sir. Wir schwimmen einfach mal ganz hoch. Gucken wir mal, wo wir hier auskommen. Wir kommen ja hier hoch mit uns. Sehr schön, so. Leute, da, da, ich habe es gesehen. Wow. Okay, das machen wir mal nicht so. Äh, ne. Leute, da ist nochmal Eisenerz. Moment, ich mache uns mal ein bisschen Licht. Oh, da ist noch mehr Eisenerz. Ah, da kommt. Ich hoffe, da runter. Das war klar. Das hat ein bisschen weh getan. Aber es ist nicht so schlimm. So, zack. Machen wir das mal zu. Das nehmen wir auch nochmal mit. Da oben ist auch schon wieder Eisenerz. Wow. Aber hier kriegen wir wieder nochmal so sechs Stück raus. So, Leute. Und jetzt probieren wir. Da ist auch nochmal was. Zack. 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 Sehr schön. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Hier müssen wir hoch. Zack. 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 Sehr schön, hier machen wir mal auf jeden Fall. Was haben wir denn dabei? Guck mal, hier an den Mama. Hier bauen wir uns mal kurz was hin, dass wir immer wissen, wo unsere große, super Höhle ist. So, da werden wir auf jeden Fall Leiter, eine Leiter werden wir da reinbauen. So, aber auf jeden Fall probieren wir jetzt erstmal zurückzufinden, zu unserer Basis. Ich glaube, ihr seht schon gar nichts mehr, Leute. Wo ist unsere Basis? Wir haben die Karte, ne? Aber hilft die uns so? Wo sind wir, Leute, wo sind wir? Wenn ich jetzt J drücke, was passt... Ah, okay. Wo sind wir? Tag, Nacht... Äh... Ja... Aber wo sind wir? Zeigt ihr das nicht an? Wo sind wir? Ja... Da... 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 Oh... Ich muss hier irgendwo mal was... Wo sind wir, Leute. Wir müssen mal auf den Berg. Wo sind wir? Ah, es wird auch schon wieder hell. Da müsste unser Berg sein, oder? Ich glaube, da ist unser Berg. Ich glaube, in die Richtung müssen wir, Leute. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, da ist unser Berg, Leute. Ich habe es gefunden. Dann müssten wir hier lang. Hier, hier, hier. Hoch, 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 hoch. Hier ist unser Berg, genau. Ja, Leute, dann schmeißen wir jetzt noch mal schnell alles in den Ofen. Oh, so. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Erde. Die tun wir erst mal da rein. Die brauchen wir erst mal nicht. Gold, das können wir auch mal zur Seite tun, dass Eisen erst behalten war. Redstone tun wir auch erst mal hier hin. Bruchstein, den können wir gleich verbraten. Granit kann da drauf. Holz kann hier hin. Was haben wir da? Samen. Das kann hier hin. Kies kann auch hier hin. Das kann da hin. Das behalten wir. Ah, nicht wegwerfen. Das kann da hin. Da haben wir ein bisschen gleich aufgeräumt. So. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Wie viel haben wir da drin? Kohle? Gar keine mehr. Halbieren wir, halbieren wir, halbieren wir. Dann passt das. Können wir über 32 Kohle reinschmeißen. Zack. Zack. Ach, wir haben acht Öfen. Gut, da ist ja noch was drin. Du kriegst auch was. Du kriegst auch was. Du kriegst jeweils, oh, ihr kriegt jeweils acht. Da haben wir noch ein bisschen was für Fackeln zum Herstellen. So. Dann. Zack. Das teilen wir mal auf. Dann geht das schneller. Bruchstein. Können wir auch aufteilen. So. Ach so, hier ist ja noch Stein drin. Da auch. Den können wir da drauf tun. Zack. Zack drauf. Den tun wir da drauf. Da ist gar keiner drin. Den tun wir einfach zusammen. Da haben wir schon wieder Stein. Das machen wir später. Das ist auch normaler Stein. Ist das auch Stein? Ne. So. Einmal Erz. Zweimal Erz. Das tun wir noch schnell drauf. Dann tun wir das dahin. Und das tun wir dahin. Dann haben wir alles drin. So Leute. Aber wir sind heute schon wieder in der Überlänge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat. Unsere Höhlen-Exposition. Schaltet ein. Zu einer weiteren Folge. Jetzt wieder. Jetzt kommen immer zwei Folgen die Woche. Schaltet wieder ein. Zu einer weiteren Folge. Let's Play Minecraft im Zwergreich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.